Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, noch einmal, wenn es was wird, erstellt man nicht einmal jetzt. Ja, jetzt haben wir ihn hoffentlich. Ein Nicht-Streifen-Wolkenflieger. Der will halt nicht. Der spielt nicht mit. Ah, da hinten haben wir aber schon wieder jemanden. Spannend, oder? Der sprüht nicht. Aber da hinten hätte ich fast übersehen. Schaut mal, was der sprüht. Schaut rötlich aus, gell? Wetteradler hat uns ja von etwas Rötlichem gewarnt. Und das sieht man leider ganz schlecht. Ich kriege es auch nicht rein. Aber da sprüht jemand etwas Rötliches. Schaut mal, schaut mal her. Seht ihr den roten Streifen? Ist ja nicht spannend. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn uns dieses Passagierflugzeug nicht darauf aufmerksam gemacht hätte. Also das heißt, La Palma lässt grüßen. Ah, da müsste er noch sein. Ich schaue, dass ich ihn rein kriege. Ich schaue, dass ich ihn rein kriege. Da kommt etwas Besonderes raus. Und er ist schon wieder unscharf. Ja, ja, das sind alles merkwürdige Phänomene. In Takatuka-Land, an die muss man sich einfach gewöhnen oder auch nicht. Ah, das ist schon der Nächste. Da oben ist die Hölle los. Okay. Aber jetzt, ich glaube, ich spinne. Verkehrsflugzeug. Und hier der Nächste. Dunkelstreifen-Sprüher. Also das ist ja bemerkenswert. Ich hoffe, du siehst das. Ich sehe es hier auch ganz schlecht, aber da hinten ist ein zweiter im Gefolge. Passagiermaschine. Und hier ist was anderes. Komisch, gell? Ja, ja. Takatuka-Land. Lässt grüßen. Schauen wir mal, ob wir den Wasser-Schiff-Lieger noch finden. Der sollte das da sein. Sehr spannend, was sich da jetzt noch so tut alles. Sind wir froh, dass die Flugzeuge erfunden wurden. Mein Verdacht ist, die Flugzeuge wurden deswegen erfunden, damit wir genau, na, das ist kein Flugzeug, ist ein Gräer, damit sie uns genau von oben besprühen können. Ich glaube, das war von Anfang an so geplant.